Unschuldige werden bestraft und Schuldige kommen ungestraft davon. Das ist oft das Wesen der menschengemachten Gesetze, denen jetzt nach und nach der Garaus gemacht wird. Wir sehen das bereits an vielen Stellen schon etwas länger, zum Beispiel, dass wir uns nicht mehr auf die Grundgesetze verlassen können, denn diese werden im Wandel ebenso wegbrechen wie viele andere menschengemachten Gesetze. Und in gewisser Weise ist das auch gut so, denn die menschengemachten Gesetze können nicht gerecht sein, weil die Menschen, die sie erschaffen haben, in der Regel nicht weise sind. Gesetze können nur gerecht sein, wenn sie von einer sehr weisen Quelle geschaffen wurden. Und das ist auch so geschehen. Und wir kennen diese weisen Gesetze unter der Bezeichnung die kosmischen oder die hermetischen Gesetze. Allerdings ist der Inhalt dieser Gesetze immer noch eine gewisse Geheimlehre, weil die Gesetzmäßigkeiten uns nicht vermittelt werden in der Schule, in Ausbildung oder im Studium. Und dabei ist es sehr wichtig, diese Gesetze zu kennen, weil wir es ansonsten immer wieder mit Mangel, Krankheit, Leid oder vielen anderen negativen Dingen zu tun haben. Es ist somit mega empfehlenswert, sich mit diesen kosmischen Gesetzen auseinanderzusetzen, um sich nicht immer wieder in der Ungerechtigkeit der menschengemachten Gesetze zu verlieren, sondern das Bewusstsein zu erlangen, dass auf einer höheren Ebene immer Gerechtigkeit stattfindet. Wir kennen das zum Beispiel unter dem Begriff des Karmas. Diejenigen, die heute ungerecht handeln, werden morgen selbst in den Spiegel der Ungerechtigkeit schauen müssen. Aber diejenigen, die dem Wohle aller dienen, denen wird wohlgedient. Und zur Aktivierung dieser kosmischen Gesetze in unserem Bewusstsein finden zweimal im Jahr kosmische Events statt, die die hermetischen Gesetze in unser Bewusstsein bringen wollen. Und zwar immer dann, wenn die Sonne durch das Sternbild der Waage läuft oder der Vollmond sich im Sternbild der Waage befindet. Und der kommende Vollmond wird im Sternbild der Waage stehen. Und das Besondere in diesem Jahr ist, dass der Waagevollmond am 5. Mai mit einer Finsternis einhergeht, einer sogenannten Halbschattenfinsternis, die zum Teil über Europa, Asien, Afrika, Australien und der Antarktis zu sehen ist. Und wenn der Vollmond in der Waage steht, dann bringt der Licht in das ungerechte Feld, um einen lichtvollen Ausgleich herzustellen. Und diese Energie wird jetzt 2023 mit der Vollmond-Halbschattenfinsternis in der Waage verstärkt. Es kommt also umso mehr Licht ins Dunkle. Und das können wir im großen Kollektiv ebenso beobachten, wie im ganz persönlichen Bereich. Also viele haben im Moment gerade große persönliche Herausforderungen, weil Unbewusstes oder Ungerechtes ans Licht kommt. Und speziell auch die Zeit zwischen den Finsternissen. Also wir hatten ja die Sonnenfinsternis am 20. April und jetzt haben wir die Mondfinsternis am 5. Mai. Das ist die Zeit, wo richtig im Unbewussten rumgewühlt wird. Und die Energie, die steht natürlich mit den Sternbildern in Zusammenhang. Also die Sonnenfinsternis war ja im Widder, was für den Neuanfang steht. Und jetzt die Mondfinsternis in der Waage, was für Gerechtigkeit steht. Also man könnte sagen, es beginnt jetzt ein Neuanfang der Gerechtigkeit. Und zwar der kosmischen Gerechtigkeit. Und somit bringt eben das Sternbild Waage über den Vollmond als Luftelement die geistige Ausstrahlung des Ausgleichs und der Gerechtigkeit in unser Feld. Wir dürfen unsere Erfahrungen, die wir in der Polarität gesammelt haben, jetzt auf die Waagschale legen und weise abwägen. Das, was dem höchsten Wohle, Alladin, darf bleiben und das, was undienlich ist, muss gehen. Und um diese Gesetzmäßigkeiten besser zu verstehen, spiele ich jetzt nochmal im Anschluss eine kurze Zusammenfassung über die sieben kosmischen Gesetze ein. Und ich habe vor einiger Zeit ein sehr ausführliches Video darüber erstellt. Das verlinke ich dir gerne nochmal in der Videobeschreibung. Aber jetzt folgt erstmal die Zusammenfassung. Viel Freude dabei! Kosmische versus menschengemachte Gesetze Ja, wir beobachten aktuell ja immer mehr und mehr, dass uns die menschengemachten Gesetze bzw. Rechte weggenommen werden. Aber das ist nicht erst seit gestern so. Diese Situation besteht bereits seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden. Und ich habe in meinem Leben auch immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass wir uns auf die menschengemachten Gesetze überhaupt nicht verlassen können. Weder im Arbeitsrecht, noch im Vermietungsrecht, Erbrecht und nicht einmal in den einfachsten Grundrechten. Und was ich dabei immer sah, war, dass die Unschuldigen bestraft werden und die Schuldigen kommen ungestraft davon. Ihnen wird sogar noch recht zugesprochen von den trügerischen menschengemachten Gesetzen. Und das ist das Wesen der menschengemachten Gesetze. Und wir erkennen das jetzt gerade kollektiv, was viele von uns bereits Jahrzehnte zuvor individuell erleben mussten. Bei alledem habe ich mich immer gefragt, das kann doch nicht sein. Das gibt es doch nicht. Das ist doch ungerecht. Da muss es doch irgendeine Lösung geben. Und das war der Moment, als die Lösung dann zu mir kam und mir die kosmischen Gesetze offenbart wurden. Und von dem Moment änderte sich alles. Und die kosmischen Gesetze, die möchte ich dir jetzt einmal in kurze vorstellen. Ja und zur Vermittlung der kosmischen Gesetze wurden verschiedene Erklärungsmodelle entwickelt. Zum Beispiel die sieben hermetischen Prinzipien nach dem Kybalion. Und dieses hermetische Gesetz besagt, dass du mit Kraft deiner Gedanken und der darauf folgenden Handlung alles zum Ausdruck bringen kannst. Wenn du dabei deinem Herzen folgst, deinem Gefühl folgst und das von dir Erschaffene gibst, eben deine Außenwelt gibst, deine Umwelt gibst oder dir selbst gibst, dann wird dir selbst das Gegebene gegeben, was du dann in Dankbarkeit annehmen kannst. Und dadurch erscheint die Fülle, die du wiederum nicht festhalten brauchst, sondern loslassen kannst, sodass sie sich wieder im Überfluss über dich und alle anderen ergießt. Und dann erkennst du, dass alles was ist, eins ist. Und dieses hermetische Gesetz, das funktioniert in beide Richtungen, in der Polarität. Also wenn man es im positiven Sinne lebt, dann wird man es als Fülle erleben, als himmlisch. Wenn man aber dieses Gesetz im negativen Sinne lebt, also mit negativen Gedanken, mit negativen Worten und negativen Handlungen, dann wird man es als Mangel oder auch in Anführungsstrichen als höllisch erleben. Und daran erkennt man, dass dieses Gesetz, das kann man für sich nutzen oder gegen sich nutzen. Je nachdem, ob man positiv denkt oder negativ denkt. Jeder deiner Gedanken und jeder deiner Handlung erschafft somit eine positive oder eine negative Welt um dich herum. Und wenn dir Gutes widerfahren soll, dann ist es empfehlenswert, positiv zu denken und positive Dinge zu tun, ohne jedoch den eigenen Schatten zu verdrängen. Denn der Schatten will ebenfalls gesehen und liebevoll integriert werden. Und es gibt eine Herleitung der sieben kosmischen Gesetze und die führe ich jetzt mal auf. Also das erste ist, denke positiv, denn Geist erschafft Materie. Zweites, tue Gutes, denn alles was du tust, kommt genauso zu dir zurück. Wenn du Gutes tust, kommt Gutes zurück. Wenn du Negatives tust, dann kommt auch das zu dir zurück. Und an dieser Stelle möchte ich das Video empfehlen, wo ich schon mal ein Video über Ursache und Wirkung gemacht habe, das in dem Märchen Frau Holle beschrieben ist. Und das verlinke ich dir gerne. Das dritte Prinzip ist, führe Veränderung stets im Inneren durch. Denn dein Inneres wird im Außen gespiegelt. Das Außen ist ein Spiegelbild, wie innen so außen, wie oben so unten. Das vierte ist das Gesetz der Resonanz. Viele kennen einen Teilaspekt aus dem Film The Secret, die Anziehung. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil dieses ganzen komplexen Modells. Deswegen ist es wichtig, dass wir das alles kennen. Folge also damit deiner Resonanz, deiner Herzensresonanz. Was sich gut anfühlt, ist dein Weg. Und was sich nicht gut anfühlt, ist nicht dein Weg. Jedenfalls nicht dein Weg, wenn du in die Fülle möchtest. Das fünfte ist, gebe stets und nehme auch das, was dir gegeben wird an. Damit kreierst du Fülle in beide Richtungen. Das sechste ist, halte nichts fest und lasse los. Denn dann durchfließt dich die Lebensenergie. Also alles ist ein Fluss, alles ist in Bewegung. Die Veränderung ist ein permanentes Gesetz, das niemals stillsteht. Und von daher halte niemals an etwas fest, denn das ist unmöglich. Wir sind permanente Veränderung. Lasse los und lasse die Energie durch dich fließen, durchgeben und nehmen. Das siebte Gesetz zerkenne dich mit Hilfe der Polarität und verurteile nichts. Denn du erkennst dein wahres Selbst, nur mit Hilfe des Gegenteils. Also manchmal sehen wir etwas Negatives und wir könnten es verurteilen, weil es uns nicht gefällt. Aber wir können uns selbst nur durch dieses Negative erkennen. Und wenn wir aus der Verurteilung herausgehen, dann sind wir beim siebten Grundgesetz, das eben besagt, dass alles eine männliche und eine weibliche Seite hat. Ein männliches und weibliches Prinzip. Und in dem Moment brauchen wir nichts mehr zu verurteilen, egal was sich zeigt. Du weißt, es gibt auf der anderen Seite das Gegenteil. Und dieses Gegenteil will jetzt gerade erkannt werden.